heute spielen wir wieder fort nein heute müssen wir alle bahn ausgeben weil es ja ende season und die neue season kommt ja morgen schon raus dann muss ich muss ich alle bahn ausgehen in dieser runde let's go gehen wir gerne in eine trio runde rein alle bahn probieren ausgehen weil die neue season kommt ja raus und das denke ich das sind alle neuen battle pass ging und das sind eine coole wie der pin und so weil ja die sind ja schon geliebt glaube ich dass man die neuen battle ausgehen und ja der pil ist glaubt der küsste finde ich und diesen monik jetzt hier sehe aber jetzt gehen wir in die runde rein heute geht es nicht um die neue season sondern um barren auszugeben in eine trio runde und ich darf einfach keine waffen ich muss einfach alle waffen abkönnen ich habe kein ton egal ich habe leider jetzt kein ton mehr aber egal das ist ja nicht so schlimm wenn es keine wenn es kein ton mehr hat und ich muss noch ein auftrag machen das heißt hier sind kills muss ich schaffen und die letzten neuen spieler zu kommen let's go nein komm hier ja ok hier hat glaub auch ein npc wo man waffen kaufen kann ich darf keine andere machen benutzen waffen abkönnen oder waffen kaufen ich habe 5.000 gold das sehr viel aber leider kein ton das ist jetzt bisschen blöd aber egal ich gehe nur noch mal zu der information ich gehe am freitag live um 16 uhr das heißt um 4 uhr nachmittags so etwas zu teuer gewesen aber egal jetzt habe ich wenigstens eine waffe wo mich jemand fast töten bitte ich muss glaubt kämpfen gehen ich war unter dem wasser das ist ein bug ja das ist ein bug das hat schon ich gehe helfe super ich bin jetzt trotzdem tot nach egal ich gehe noch mal in eine runde rein aber das blut weil ich habe schon eine waffe kraft für 250 das ist zu teuer bin ich aber ja egal gehen die zweite runde vielleicht bekomme ich jetzt egal ich kann ja auch ohne ton schauen ist nicht so spannend aber ohne ton aber man muss ja nur ohne ton kann man auch ohne ihr hört ja nicht das ist das wichtigste 344 und bin es auch ich habe ein freund 233 32 ist gloria und mit dem spiel ich morgen fort nein im live stream zum kollegen vor mit dem vorten von und ja ich will an den mann solcher dann gehen die meisten hin also ist er hatte da der komisch hat damit würde jetzt muss ich neunter platz werden und den letzten neuen spieler zu kommen und sie im klick muss ich schaffen so bitte dort sein mpc aber das hat das kabilen das kabilen dann da kann ich waffen kaufen bei kabilen bitte da war kommentar keine waffen nur eine snipe und ich nicht kaufen will kabilen dann die waffen hier ab oder von den drohen und diesen kann auch man schlüssel hat er hat alles schon gelutet da habe ich jetzt nicht mehr 10 5000 gold aber es ist auch nicht schlimm weil ich habe die bar nicht ich weiß nicht ob man die alle baden ausgehen kann wo hat's noch ein mpc wo sachen verkaufen kann die verkauft richtig gute waffen eigentlich alles so für zweiundfünfzig ich habe noch ein so ein besen ja noch ein schlüssel schlüssel noch die pamp kann man auch hier kaufen dann muss ich noch zu dir okay ich weiß ich muss hier hin dann will ich gerne meine waffe abkühlen dann nehme ich noch die mit und ja jetzt habe ich tun nicht man nicht so ein so lang das tun ich habe tun jetzt kann ich alle baden ausgehen so ganz viele baden und ich bin level 202 dann bin ich nur den epi ach trotzdem egal jetzt will ich noch den besen kaufen für 100 baren so jetzt bin ich ausgerüstet bisschen besser aber ich will noch mich besser ausrüsten topwaffen und alles aber auch ein schlüssel und ich hoffe nicht auf erlaubt keine waffen ich habe noch eine gute waffen so wie eine blau oder so ich bin sie abräumen aber die will ich nicht ich nehme die trotzdem mit vielleicht hat sie noch eine bessere waffe aber die will ich nicht die ist nicht so gut ich will sie was kann der der npc hat nur einen rift und eine waffe wo ist die ich will die kaufen die exotische waffe ich kaufe die ich kaufe will und dann ist gut aber da muss ich noch sie im kehl's machen dann ich habe ein doch oder 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 ich das ja ich ich schon soll ich dann nehme ich dann zweite von dieser waffe wo hat es noch eine gute waffe so aber es hat keine gute waffe dann müssen wir wo hat es noch jetzt hier noch eine kiste ich höre eine kiste hier ist die kiste dann muss ich hier hat es wieder eine gute waffe ich nehme noch wirklich viele heilungen mitnehmen ja ich 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 create die waffe ab ich create die waffe ab okay ich weiß was ich mache ich create die waffe ich rede die ich weiß was mache ich will die waffen könnten die ist eigentlich sehr gut noch überhaupt jetzt entlegen der das ist doch gut die hatte schon geöffnet und hier hinten hat noch eine kiste ist im boden es kommt hier rauf so jetzt muss ich noch hier ich muss gehen und dann noch zuerst mal der andere teamkollege heilen weil dann kann ich zwei kreis habe ich zum gewissen in den top 40 sind wir zum glück von angekommen das ist schon mal wichtig jetzt muss ich einfach mal ein teamkollege heilen und dann muss ich noch der andere teamkollege holen und dann so jetzt so jetzt muss ich muss ich jetzt noch eine ich nehme die waffe nicht weil ich habe eine legendäre dann habe ich die pamp hier nehme ich auch nicht so ich nehme die pamp ich nehme die pamp weil die ist besser glaube ich was die blaue weil ich finde die blau ist nicht besser finde ich eine mit dieser kann ich besser schießen und schneller kann man schießen aber diese pamp ist einfach stärker im schießen darum nehme ich jetzt diese pamp mit jetzt werde ich den noch schnell holen und ich habe eigentlich gute waffen ich finde ich noch alle upgraden legendär oder falls blöd was ich hier gemacht habe aber ich spüre die jetzt einfach noch alle ab auf legendär und dann ist ja gut und noch schnell auf legendär upgraden dann habe ich es gemacht so jetzt ich nehme ich habe jetzt einen schlüssel ausgegeben aber trotzdem egal ich nehme jetzt nicht die sniper dieser kann ich sein jetzt habe ich nur noch 3476 gold das immer noch trotzdem sehr viel noch sehr viel so jetzt muss ich jetzt noch diese und ich habe alle so richtig legendär alles orange so ja so lange aber ich bin da hinten weil die ist auf dem baum ich komme ich jetzt hier runter jetzt warten bis mein ich habe jetzt alle waffenei abgegradet ich glaube von episch und von lebt blau alle so jetzt kann ich in die zone gehen jetzt will ich eigentlich mein teamkollege dort halten aber was sind dort gegner was ist jetzt hier ah der hat das schon gemacht hier hinten in der zone ich brauche noch heilung kann ich eigentlich auch kaufen ich habe schon zwei dann muss ich ja kein schlüssel mehr kaufen ich habe schon alle waffen legende dann muss ich ja nicht besser ich habe schon alles auf ganz gut und das jetzt muss ich noch noch full hp haben und dann ist gut ich habe erst zwei und ich muss sieben kills in den top neun zukommen die zehn kills ich muss jetzt noch mal ein bisschen kills machen aber ja das ist doch egal das backlink wird denke ich sicher selten werden aber ich weiß nicht erst so in zwei jahren wird das backlink so ihr wisst schon welches backlink das das hier so exotisch und dann auch noch nütisch ich brauche nichts mehr sind die am kämpfen da unten ich habe ich dreik es schon mal bisschen besser 3 kälte aber trotzdem noch nicht es eben das sind immer noch drei kills ich nehme den fisch und vier fische das ist besser glaube ich aus dann fünf ap fünf ap fünf ap und ich bin gestorben nein wir sind im top 20 ich bin gestorben ist ich hätte das ich kenne mich nicht gedacht dass was das jetzt 5 ap weg und ich glaube von 10 meter oder 20 meter unten darf man weg bekommt aber ich will noch ich würde nicht aufsehen zu lassen so gute gene vielleicht sind das die besten aber trotzdem wenn die alle grauen haben oder so dann kann man nichts was fast nichts machen ich gehe nach mega city ich bin eigentlich noch er hätte auch gerne eine exotische waffen eine waffe bekommen egal ich muss 20 drohen öffnen dann komme ich ich bin dann muss ich ich liebe mit dem auto das was man im auto ist man sicherer als als zu fuß und noch einem auto große räder hat und sicherer als dieser wird werden und natürlich nehme ich gerade diese waffe ich habe den unten 150 und 55 geben ist der stirbt nicht und dann noch mal in 60 fünfter platz aber dass das mit 13 hp überlebt aber das war's von diesem video und wenn es euch gefahren hat lässt ein like und ein abonniere alle bahn ausgegeben nicht alles und vielleicht so 1000 partner schon ausgegeben denke ich aber das war's und video und ja freitag gleich 14 16 uhr let's go das war's und zum video